In diesem ersten von insgesamt zwei Teilen geht es um die Online-Befragung als quantitative Methode. Wir werden auch hier wieder dem Döring & Boards Handbuch folgen, genauer gesagt den Kapiteln 7 bis 12 daraus, aus denen die Inhalte stammen werden. Ich werde auch bei der ein oder anderen Folie auf gewisse Inhalte des Handbuchs verweisen. In diesem Teil wird es zunächst darum gehen, was quantitative Forschung überhaupt ist, für welche Fragestellungen sie Anwendung findet. Dann werden wir kurz darauf eingehen, auf die Operationalisierung, also darauf, wie man sicherstellen kann, dass das, was man messen möchte oder messen sollte, auch tatsächlich gemessen wird durch die quantitative Untersuchung und drittens wird es noch mal kurz um die Stichproben in quantitativen Untersuchungen gehen. Selbstverständlich gibt es auch zu den quantitativen Ansätzen eine gute Lehrbuchdefinition auf Seite 184. Da heißt es, dass im quantitativen Forschungsansatz theoretisch abgeleitete Forschungshypothesen an vielen Untersuchungseinheiten mit strukturierten Datenerhebungsmethoden untersucht werden. Ziel ist meist die Theorieprüfung. Die erhobenen Daten, also numerischen quantitativen Daten, werden statistisch ausgewertet. Das heißt also letztlich, es geht um die Messung und die statistische Auswertung meist einer Vielzahl von Variablen. Ein Beispiel für eine Frage so einer quantitativen Untersuchung, zum Beispiel in Form einer Online-Befragung, kann sein, dass man deutsche Internetnutzerinnen und Nutzer befragt, zu welchem Anteil sie denn schon mal eine Websuche per Spracheingabe am Smartphone beispielsweise durchgeführt haben. Ein weiteres Merkmal der quantitativen Ansätze ist, dass es meist ja auch immer um die Hypothesen geht, die theoretisch abgeleitet wurden und durch die quantitativen Ansätze überprüft werden. Ein Beispiel, auch im Rahmen unseres Seminars naheliegendes Beispiel, ist natürlich die Methodenkombination aus qualitativer und qualitativer Forschung, dass beispielsweise in einer vorherigen qualitativen Interviewstudie gewisse Erkenntnisse geschaffen wurden und daraus dann wiederum Hypothesen abgeleitet worden sind, die dann in der qualitativen Befragung überprüft werden können. Kennzeichnend für quantitative Ansätze ist auch immer, dass der Strukturierungsgrad sehr hoch ist meistens. Auf jeden Fall wesentlich höher als in den qualitativen Ansätzen. Das hat auch den Vorteil oder die Begründung wahrscheinlich viel mehr, dass bei der großen Probandenanzahl in quantitativen Studien sonst ein sehr großer Aufwand zu betreiben wäre. Wenn man sich vorstellt, man befragt 1000 oder 2000 Internetnutzerinnen über gewisse Dinge und lässt alle Befragten Freitextfelder ausfüllen, muss man diese Freitextfelder natürlich auch alle entsprechend auswerten. Wenn der Strukturierungsgrad aber höher ist und ich eher geschlossenere Fragen stelle, dann ist das eine wesentlich naheliegendere Alternative. Kommen wir nun zur Operationalisierung und zur Frage, anhand welcher Variablen bzw. Indikatoren die Ausprägung des theoretischen Konzepts festgestellt werden kann. Also genau die Frage, wie eben schon angesprochen, wie messe ich, was ich messen möchte. Zuerst ist natürlich festzulegen, welches Messinstrument verwendet werden sollte. Ein solches Messinstrument kann beispielsweise die Online-Befragung sein, die auch ja im Rahmen unseres Seminars im Vordergrund stehen wird. Da wird es auch selbstverständlich weitere Input- Teile zu geben. So eine Online-Befragung kann beispielsweise die komplette deutsche Internet- Nutzerschaft in einem bestimmten Altersbereich repräsentativ abbilden. Wenn ich dieses Messinstrument festgelegt habe, geht es natürlich dann weiter mit der Frage, welche Indikatoren vorliegen, also die Frage, was gemessen werden soll. Zum Beispiel kann ich diese Internet-Nutzer nach ihrem Social-Media-Verhalten fragen, danach wie häufig sie welche Suchmaschine nutzen und weitere Dinge. Das alleine reicht aber auch noch nicht aus. Wenn ich mein Messinstrument und meine Indikatoren, also meine Fragestellungen im Wesentlichen beisammen habe, muss auch festgelegt werden, in welchen Ausprägungen denn die Antwortmöglichkeiten der Fragestellungen erfolgen können. Und da geht es dann immer um die Skalenniveaus, auf die ich in der nächsten Folge noch mal ein wenig eingehen werde. Im Wesentlichen kann man aber sagen, dass bei den Skalenniveaus eigentlich gilt, je höher das Skalenniveau, desto besser, da bei höheren Skalenniveaus auf der einen Seite mehr statistische Auswertungsmöglichkeiten bestehen als bei niedrigeren Skalenniveaus. Und natürlich, was auch auf der Hand liegt, dass ich, wenn ich Daten erhebe mit Indikatoren auf einem hohen Skalenniveau, kann ich die natürlich am Ende immer noch auf ein niedriges Skalenniveau skalieren oder zusammenfassend gruppieren, wie auch immer man das dann bezeichnen mag, was in der anderen Richtung natürlich nicht möglich ist. Hier sehen wir die sicherlich allen bekannten Skalenarten bzw. Skalenniveaus, die Nominalskala, die Ordinalskala und die Kardinalskala oder auch metrische Skala genannt. Ist sicherlich, wie gesagt, allen schon mal bekannt oder auch haben sie sicherlich alle schon mal auch mitgearbeitet mit gewissen skalierten Fragestellungen im Bachelorstudium beispielsweise. Wesentlich Unterscheidungsmerkmale sind eigentlich, dass es bei der Nominalskala immer um gewisse Verschiedenheit, Verschiedenartigkeit geht in den Ausprägungen. Hier die Beispiele Automarken, Familienstand. Bei der Ordinalskala sind die Ausprägungen in eine gewisse Reihenfolge zu bringen, größer oder kleiner Reihenfolge in der Regel. Und die metrische Skala gibt letztlich metrische Daten aus, bei denen die Differenzen der einen zum anderen Ausprägung gleich sind. Das heißt, der Unterschied zwischen 11 Grad Celsius und 12 Grad Celsius ist bei dieser Skala genau derselbe wie zwischen 23 und 24 Grad Celsius. Wen es interessiert oder wer da noch mal sich das in Erinnerung holen mag, kann das gerne bei Seite 232 machen. Da ist sowohl die Tabelle als auch einige finde ich sehr gute, anschauliche Beispiele dazu in dem Methodenhandbuch noch mal aufgeführt. Kommen wir nun noch zu den Stichproben für quantitative Studien. Wie schon angeklungen ist, verfügen quantitative Studien im Allgemeinen über wesentlich größere Stichproben als qualitative Studien. Oft begegnet einem da eine Stichprobengröße von 300- bzw. dreistelligen, vierstelligen Größenordnungen. Man kennt das ja bei Wahlumfragen beispielsweise, dass da häufig um die 1000 Personen in Deutschland befragt worden sind. Das sind also ganz gängige Größenordnungen bei solchen Untersuchungen. Es gibt bei der Stichprobenbildung auch wieder verschiedene Herangehensweisen, je nachdem welche Forschungsfrage vorliegt. Die simpelste ist die Gelegenheitsstichprobe. Das heißt letztlich nichts anderes als dass man die Personen fragt, die gerade verfügbar sind oder die zur Auswahl letztlich stehen im Moment. Beispiel könnte sein, man postet einen Online-Befragungslink in irgendein Social-Media-Portal, sammelt die Rückmeldungen ein und das ist dann meine Stichprobe im Wesentlichen. Die Quotenstichprobe, die geht dann schon genauer vor und schaut nach bestimmten Merkmalen der Befragten. Kann hier beispielsweise das Alter sein, der Bildungsgrad oder auch ganz andere Merkmale, die mich eben interessieren. Speziellere Verfahren, zum Beispiel Schneeballverfahren, sind auch, ich finde, eine interessante Vorgehensweise, die sich immer dann eignet, wenn man an die Person, die man eigentlich befragen müsste, nur schwer selber rankommt. Das sind also so in sich abgeschottete Personenkreise manchmal. Zum Beispiel bei Verschwörungstheoretikern, wenn ich die für eine Studie befragen wollen würde und selbst kaum welche kenne, würde sich sicherlich ein Schneeballverfahren relativ gut eignen, um überhaupt an Befragte zu kommen. Die vierte Form ist die probabilistische Stichprobe, die auch für repräsentative Studien eingesetzt wird. Auf die Stichprobenbildung im Allgemeinen sowie auch auf die Frage, wann denn eine Stichprobe für beispielsweise eine Online-Befragung repräsentativ ist, wird es aber noch einen weiteren ausführlichen Input teilgeben. Daher hier nur in aller Kürze die vier verschiedenen Formen der Stichprobenbildung in den quantitativen Untersuchungen. Zum Abschluss noch einmal in einem Fazit kurz zusammengefasst, worum es ging. Die quantitative Forschung versucht anhand einer Vielzahl betrachteter Variablen die Forschungsfragen zu beantworten. Dabei wird mit einem hohen Strukturierungsgrad vorgegangen, einen wesentlich höheren Strukturierungsgrad als bei qualitativen Untersuchungen. Und die Operationalisierung, also die zielgerichtete Auswahl der, auf der einen Seite natürlich der Messinstrumente, aber auch der Indikatoren, was möchte ich messen und deren Skalenniveaus, anhand welcher Ausprägungen möchte ich das messen, was ich messen möchte, kommt eine große Bedeutung zu. Das heißt, wo wir in der qualitativen Forschung noch einen sehr großen Schwerpunkt haben auf der Kategoriebildung und auch auf der auf der Codierung des Interviewmaterials. Da liegt der Schwerpunkt bei der quantitativen Untersuchung eher auf der Vorarbeit im Sinne der Operationalisierung, also dass man wirklich sicherstellt, das zu messen, was man messen möchte, dass der Fragebogen eine gewisse Logik hat, dass er stimmig ist, dass er verständlich ist für die Befragten. Und das ist genau das, was wir im Seminar weiter verfolgen werden und worum es auch im zweiten folgenden Teil dann gehen wird, nämlich um die Datenerhebung der Online-Befragung als eine Form der quantitativen Befragung, die wir uns einmal anschauen werden. Wie läuft so eine Online-Befragung überhaupt ab? Also von der Planung bis zur Auswertung und Verschriftlichung? Und wie stellt man überhaupt sicher, dass die Datenqualität auch gewährleistet ist in dieser Online-Befragung, bei der ja theoretisch jeder Befragte angeben kann, was er möchte? Wie stelle ich also sicher, dass die Qualität meiner Auswertung trotzdem am Ende stimmt? Außerdem werden wir in dem zweiten Teil behandeln, welche Schritte in der Analyse der quantitativen Daten zu gehen sind, die sich auch wesentlich von der qualitativen Auswertung unterscheidet. Und zuletzt auch über Hinweise sprechen, anhand welcher Kriterien eine quantitative Studie in Methodik und Ergebnisteil berichtet werden kann.